ja hallo und herzlich willkommen es ist wieder mal an der zeit ein kleines video zu machen über das thema cars 2 heute habe ich euch mal ein zweier set mitgebracht und zwar ist das das movie moments zweier set onkel und mama topolino das möchte ich jetzt gerne mal auspacken und dann schauen wir uns das mal an jetzt noch mal ein kleiner blick auf die rückseite der verpackung links das dunkle auto ist der onkel topolino und rechts das hellere bächer auto ist die mama topolino so hier sind die modelle jetzt mal ohne verpackung die modelle bestehen aus metall und kunststoff sind im maßstab 1 zu 55 und der hersteller ist mattel ja der onkel topolino und die mama topolino leben in porto corsa und sind onkel und tante von luigi sie nehmen auch luigi und seine freunde gerne bei sich auf als diese nach porto corsa kommen um den world grand prix mitzumachen anfangen möchte ich mit dem onkel topolino die komplette karosse ist hier aus metall die frontscheibe ist ein plastik einsatz wo die augen drauf gedruckt sind die front ist hier aus metall es gab ja auch noch eine andere version die habe ich jetzt mal noch mit das ist die erste version gewesen wenn man genau hinsieht sieht man auch dass die augen bei der rechten version etwas kleiner sind bei der linken version sind sie größer und hier ist die komplette front aus kunststoff ansonsten sind sie denn nicht der munter ist noch ein bisschen größer bei der version mit der plastik front wissen ob man das sehen kann ich hatte es noch mal ein wenig ins licht also der mund ist noch etwas unterschiedlich ansonsten die lampen die kotflügel und das rücklicht ist aus kunststoff genau wie die räder die auch frei beweglich sind der unterboden ist wieder genietet so kommen wir zur mama topolino auf das modell habe ich eigentlich schon lange gewartet ich habe es das längere schon im internet gesehen aber bis jetzt ist in deutschland leider noch nicht aufgetaucht aber wie gesagt bis jetzt nun ist das zweier sind bei uns auch in die läden gekommen und ich freue mich zum modell selber die karosse ist komplett aus metall die frontscheibe ist ein plastik einsatz die räder sind aus kunststoff frei beweglich der unterboden ist wieder genietet und alles was hier die kurs sprich scheinwerfer mund rückleuchten ist aufgedruckt sind keine aufkleber das habe ich für uns vergessen beim onkel topolino zu sagen bei dem ist es genauso so hier habe ich jetzt noch mal den luigi mit dazu gestellt weil viele kennen ja schon den luigi aber die mama und den onkel topolino noch nicht dass man mal ein bisschen eine vorstellung kriegt wie groß die eigentlich sind die modelle ja man schon so das kleine video jetzt könnt ihr euch den onkel topolino die mama topolino natürlich noch mal genauer anschauen ich möchte mich schon mal verabschieden sagt tschüss bis zum nächsten mal danke fürs zuschauen und vergesst mir bitte das abonnieren nicht so Musik Musik Musik